Hier ein kurzes Video in eigener Sache. Wenn ihr mich unterstützen wollt, folgt mir doch gerne auf Instagram, auf TikTok, auf Twitch. Links dazu in der Videobeschreibung oder in der Kanal-Info. Würde mich sehr freuen, wenn ihr mich unterstützt und aktiv seid. Denn auf TikTok, Instagram gibt es immer die neuesten Informationen zu meinem Leben. Natürlich auch zu spielen, die ich spiele, zu Maps von Fortnite und und und. Und auf Twitch natürlich, streame ich diverse Spiele. Diese Infos dazu findet man bei mir auch immer auf TikTok und auf Instagram. Und ja, es wäre schön, wenn ich euch dabei unterstützt und überall gerne mal ein Follow da lasse. Kostet euch natürlich überhaupt nichts. Wenn euch meine YouTube-Videos gefallen, lasst natürlich auch da gerne immer einen Daumen nach oben da. Und zeigt es mir, dass es euch gefallen, dass ihr mehr davon wollt. Schreibt mir auch gerne Kommentare. Ich gehe auf jeden Kommentar ein. Und ich würde sagen, wir starten jetzt mit dem Video. Ich stelle euch heute wieder eine wundervolle Map vor. Und zwar ist es die Phantom Investigation Map. Map-Code gibt es, wie immer, in der Videobeschreibung. Ihr seht, es gibt XP, maximal 4 Spieler, Horror, Ungezwungener Spaß, Rätsel, Rollenspiel. Ich würde sagen, spielen und Spiel starten. Und wir sehen uns gleich wieder, wenn wir auf der Map sind. Und dann erzähle ich euch noch ein bisschen was weiteres zu der Map. So, hier sind wir jetzt auf der Hälfte der Map. Ja, ich kann sagen, die Hälfte, genau. Wir sehen hier ein paar Namen und zwar sind das Geister. Diese Map erinnert stark an Phasmophobia, das Spiel, was sehr gehypt wurde. Und ja, es ist nach Phasmophobia nachempfunden. Hier sehen wir eben, ja, was man so machen kann. Geräusche, Spirit Box, Freezing Temperatur, Crying, Lachen, Warning und Orbs gibt es auch. Wir haben aber leider auch nur drei Gegenstände, womit wir herausfinden können, was es für Geister sind. Den Spirit Sensor, Thermometer, äh, die Spirit Box, Thermometer und den Proximity Sensor. Ich würde sagen, wir starten jetzt einfach mal. Äh, was kann ich noch dazu sagen? Es gibt XP tatsächlich. Als Einzelspieler kriegt man nicht so viel XP, wie man gerne hätte. Zu zweit und zu dritt kriegt man tatsächlich viel, viel mehr XP. Äh, das habe ich schon herausgefunden, weil ich mit meinen Kindern, ähm, die auf der Playstation spielen, gerne, ähm, spiele. Meine Tochter, die neun Jahre alt ist, spielt diese Map auch sehr, sehr gerne. Sie hält gerne auch schon nach Orbs. So, und ich würde sagen, wir versuchen einfach mal herauszufinden, was es für ein Geist ist. Und dann werde ich euch mal ein bisschen was Positives und Negatives zur Map sagen, denn ich spiele die Map jetzt gefühlt schon seit einer Woche. Habe hier unzählige Level gemacht. Und ich feiere die Map einfach, weil ich das Spiel, ähm, Phasmophobia auch richtig hart feiere. Und ich sehe gerade in OBS, es ist sehr, sehr dunkel. Bei mir ist es tatsächlich sehr hell auf dem Monitor. Aber gut, wir gucken erstmal schnell nach ein paar Gefriertemperaturen oder wo sich der Geist eventuell aufhalten könnte. Ähm, ja, was gibt es zu sagen? Also, es kann schon mal von 5 Minuten bis 20 Minuten dauern, bis man eine Reaktion des Geistes hat. Ähm, gut, das ist auch auf 100% eingestellt, damit man das auch hört. Ähm, was allerdings negativ ist, ähm, manchmal hat man nur zwei Sachen und man kommt nicht wirklich auf den Geist. Ähm, so, wir haben den Sensor mal platziert. Ich hole jetzt mal ganz kurz eine Taschenlampe. Ähm, was kann ich noch sagen? Also, zu zweit, zu dritt, okay, obwohl der dritte dann meistens auch nicht wirklich was zu tun hat. Zu viert ist das Spiel definitiv nichts, weil der vierte hat von Anfang an nichts zu tun. Aber es gibt eben mehr XP für die, die es gerne mal zu viert spielen wollen. Ähm, äh, was gibt es noch Negatives zu sagen? Es ist immer das ein und selbe Haus. Es gibt eben nichts anderes, nur dieses eine Haus, was ich ein bisschen schade finde, denn die Map hat sehr viel Potenzial. Ey, bleib an. Die Map hat sehr, sehr viel Potenzial tatsächlich. Okay, der ist hier unten, ne? Ähm, ähm, ja. Es gibt drei Stockwerke, das Erdgeschoss hier. Dann haben wir das erste OG, wo wir gerade eben schon den Sensor platziert haben. Und wir haben noch, Moment, hier oben ein Dachgeschoss. Hier oben spielt sich aber so gut wie nie etwas an. Also, ich hatte in meinen, ach, keine Ahnung, wie viele Runden ich hier insgesamt gespielt habe, noch nie einen Geist hier oben oder irgendwas anderes. Das ist schade. Ähm, ansonsten, die Map ist tatsächlich sehr ausbaufähig. Positiv ist, es bereitet richtig viel Spaß, die Map zu spielen. Ähm, viel Abwechslung bietet sie allerdings nicht. Das ist ein bisschen schade. Ich werde im Nachhinein auch mal hier durchlaufen, wenn es dunkel ist, um Orbs zu finden. Ähm, ich würde mal ganz kurz sagen, wir hauen den hier mal schnell raus und platzieren den Sensor unten. Ähm, der befindet sich nämlich hier unten, der Geist. Ähm, ich hätte mir gewünscht, dass es hier noch einen Kellerraum tatsächlich gibt. Den hätte man hier ganz einfach einbauen können. Oh, ihr seht schon, der hat, äh, äh, Wasser angemacht. Der kleine Knallkopf. Hahaha. Ja, Sensor, da. Schaut, der Sensor schlägt aus. Er wird rot, der Geist ist also auf jeden Fall hier unten. Ähm, es ist schade, dass es keinen Kellerraum gibt, wo tatsächlich der Generator drin ist. Schade, dass es schon dieses eine Haus gibt. Es ist bestimmt einfach, ähm, weitere Gebäude hier hinzuzufügen. Sei es, ähm, eine große Villa über vier, fünf Stockwerke oder sei es, äh, jetzt ist es aber mal gut hier. Äh, oder sei es, äh, vielleicht ein Park gibt es ja auf jeder Fortnite-Map. Waldgebiete, ähm, sag mal, willst du dir die Hände waschen? Ähm, was ich noch schade finde, ist, wenn... Wes? Hi. Ähm, Moment, ich muss mal ganz kurz hören. Okay, es gab tatsächlich gerade Geräusche, wie wir gehört haben, aber nicht über die Spiritbox. Das war nicht über die Spiritbox. Ähm... Oh, jetzt sieht man es nochmal richtig hier. Wir hören nochmal ganz kurz hin, dann rede ich weiter. Ne, das ist nicht über die Spiritbox hier. Ne, ähm, ja, also es müsste Abwechslung... Die Map müsste abwechslungsreicher sein. Es müssten vielleicht noch ein Gebäude und ein Park hinzukommen oder... Irgendwas anderes. Ein Trailerpark wäre auch richtig geil mit Wohnwagen. Wow, okay, der ist sehr aktiv. Ähm, das ist aber dann auch dieser blaue Trichter, das weiß ich schon. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Ähm, ja, also die Map müsste eventuell ein bisschen ausgebaut werden. Hier hat sich was verschoben, das ist sehr schön. Ähm, was gibt es noch zu sagen? Jetzt kommen wir aber erstmal zu den positiven Sachen. Ne, es gibt noch eine negative Sache, die ich unbedingt ansprechen muss. Wenn Geister lachen oder weinen. Es ist sehr, sehr leise. Ich... ihr habt es ja bei mir in den Einstellungen gesehen. Jetzt ist aber mal gut, hören wir auf hier mit dem Licht an und aus. Ähm, Sound-Einstellungen. Ich habe wirklich allgemein komplett laut. Wenn man die Musik anmacht, dann hört man ein Atmen im Hintergrund. Das ist irritierend, deswegen habe ich das aus. Aber ich habe auch die Musik allgemein immer aus. Ähm, ja, und wenn die Geister lachen und weinen, es ist sehr, sehr leise. Ihr werdet es, wenn es passiert, hier nicht hören in der Aufnahme tatsächlich. Weil, wie gesagt, also so leise kann man das gar nicht machen, ne? Ähm, dann... Positive Sachen. Es macht Spielspaß ohne Ende. Also, ich sage ja, ich habe hier mit meinen Kindern gespielt. Ich habe auch mit Darko die eine oder andere Runde gespielt, tatsächlich. Es macht richtig Fun. Es gibt tatsächlich gut XP. Wenn man zu zweit, zu dritt spielt, gibt es mehr XP, als wenn man alleine spielt. Es ist auch ein Wunder, dass ich zum Anfang gerade 5000 EP erhalten habe. Normalerweise sind das zwischen 500 und 3500, die ich erhalte. Das ist, glaube ich, auch die allererste Sitzung, wo ich 5000 EP zum Start bekommen habe. Das war also wirklich, entweder war es ein Vorführeffekt oder keine Ahnung. Aber das ist sehr, sehr selten. Dann, ähm, ja, das war es eigentlich Negatives. Positiv ist halt wirklich... Also, naja, die XP sind tatsächlich auch positiv. Ähm, Spielspaß ist gegeben. Selbst meine neunjährige Tochter spielt diese Map, obwohl es eine Horrormap ist. Die läuft hier durchs Haus. Wo sind die Orbs? Wo sind die Orbs? Die sucht einfach die Orbs. Und der Papa darf alles machen. Aber das stirbt mich nicht. Die Map macht Spaß. Dann, ähm... Ja, also, Spielspaß ist gegeben. Und, und, und. Map ist definitiv ausbaufähig. Ich hoffe, da wird noch ein bisschen was gemacht. Würde mich sehr, sehr freuen. Ähm... Och, ich wollte... Okay, wir haben den, äh, 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 die Spiritbox und das blaue Ding. Können wir... Da können wir ja mal gucken, was es für Geister gibt. Ähm... Ich habe auch... Also, mein Sohn hat sich darüber mal schlau gemacht, mein Ältester, über die Map. Und hat gesagt, von den Geistern her, der Clown ist der allerseltenste. Ich muss sagen, das stimmt. Ich hatte in einer Woche Spielzeit, wo ich die Map halt wirklich vormittags und nachmittags gesuchtet habe mit meinen Kindern. Nur ein einziges Mal den Clown. So, okay, aber wir haben die Spiritbox. Wir haben Loot Noises. Also, blauer Trichter. Und... Gelbes Radio. Das wären einmal der Demon, einmal Shadow People, einmal Skinwalker. Jetzt brauchen wir also entweder noch ein Lachen, ein Orb oder Schriftzeichen. In Phasmophobia schreibt der Geist natürlich ins Buch. Hier ist es anders. Ihr seht auch, ich habe keine Helfbar oder dergleichen. Ähm... Hat einen Grund, man stirbt hier einfach nicht. Der Geist kann gerne mal hier am Fenster auftauchen, tatsächlich. Entschuldigung. Oder aber man sieht vom Geist die Augen hier hinten im Spiegel. Oder der steht einfach mal irgendwo rum, tatsächlich. Man sieht den Geist auch ab und an. Und das Coole daran ist, der fliegt auch gerne mal durch einen durch. Es ist nämlich einfach nur schwarzer Nebel. Ähm... Ich wundere, warum ich jetzt hier auch die Taschenlampe auslasse, denn ich suche gerade nach Orbs. Und die lassen sich im Dunkeln am besten sehen. Denn die Taschenlampe ist so hell wie ein Orb und das ist kontraproduktiv bei der Suche. Ich mache aber tatsächlich ab und zu mal die Taschenlampe an. So ist es... Äh... So ist es nett. Aber ich glaube, Orbs dürfte keiner sein. Denn wenn der Geist tatsächlich einer ist, der Orbs besitzt, dann... Werden jetzt hier welche gewesen am Lichtschalter. Ähm... Man kann ihn geistig in Fortnite tatsächlich auch ein bisschen ärgern. Wie in Phasmophobia, da heißt es ja immer, sag seinen Namen und... Hat er gerade gelacht oder geheult? Ähm... Man setzt ein Emote ein. Jo, da kam der Vorführeffekt. Das war mal wieder sehr nice. Denn rein theoretisch schaltet er, wenn man ein Emote einsetzt, den Generator aus. Da haben wir es. Da war der Generator aus. Sehr interessant, dass man den Geist so ärgern kann. Das haben sie echt klasse eingebaut. So, Schriftzeichen an der Wand nirgendwo. Schade, schade. Das war oben. Nein, hier sind auch keine Schriftzeichen. Ich muss halt ab und zu tatsächlich wirklich mal die Taschenlampe ausmachen. Weil es gibt festgelegte, ähm... Orte, wo Orbsen wirklich erscheinen. Und wir wollen es ja nicht übersehen. So, hier oben hat er Brett wieder zugemacht. Dieser Punkt erhob von der Waschmaschine oder vom Trockner. Ja, ist sehr irritierend. Ähm... Da könnte man manchmal denken, da ist ein Orb. Was aber nicht der Fall ist. Ähm... Was gibt es denn noch zu sagen eigentlich? Also sie macht wirklich Spielspaß. Man darf sie allerdings nicht zu oft hintereinander spielen. Dann verliert man den Spielspaß. So, also... Rangeschrieben hat er bis jetzt nirgendwo. Was ich ein bisschen schade finde. Normalerweise tauchen hier und hier Schriftzeichen auf. Es tauchen hier im Bad an der Wand Schriftzeichen auf. Also da steht dann sowas wie... Und genau jetzt müssen sie natürlich hier unten den Müll abholen. Geile Sache. Ähm... Jetzt müssen wir mal gucken, dass wir hier was finden. Also wenn ihr die Map tatsächlich mal selber spielen wollt. Map-Code in der Videobeschreibung. Wenn euch bisher das Video, wie ich jetzt euch das alles erklärt habe. Wie ich es spiele. Wie ich euch die Map zeige. Und, und, und. Gefallen hat, zeigt es mir doch mal mit einem Daumen nach oben. Ihr könnt mir auch gerne, ähm... In die Kommentare schreiben. Ich beantworte jeden. Solange sie geistig auf einem Niveau sind, dass man sich mit den Leuten unterhalten kann. Ansonsten ist dann, ja, noch unbeantwortete Kommentare tatsächlich. Denn, im Internet können ja viele große Klappen haben. So, die Tür geht leider nicht auf. Und diese Tür hier hinten ist leider immer verschlossen. Ich bin der Meinung, hinter dieser Tür sind halt so ein paar Baumechaniken, die hier, ähm... Das Ganze am Laufen halten, in der, äh... Auf der Map. Ist ja auch richtig geil. Also, klar, verstehe ich. Das Haus mittlerweile, ja, ich kenne es tatsächlich in- und auswendig schon. Jo, ähm... Ansonsten, ja... Wir finden jetzt einfach nur mal heraus, wer oder was der Geist ist. Ich war der Meinung, dass ich vorhin tatsächlich ein... Lachen oder ein Wein gehört habe. Wir können jetzt noch mal gucken, ob wir Freezing-Temperaturen haben. Im Übrigen, die Freezing-Temperaturen hier unterscheiden sich sehr von denen Phasmophobia oder vom Real-Life. Freezing-Temperaturen heißt ja 0 Grad und Minus. Hier sind es tatsächlich 4 bis 6 Grad, die Freezing-Temperaturen, weil dieses Thermometer, was man hier benutzt, eben, ähm... Ja, es geht nicht unter Null. Verständlich. Ähm... Ja... Magst du mich begleiten, Geist? Ähm... Hat man oben gesehen, die eine Pflanze, was ich euch vorhin gesagt habe, die wurde bewegt. Die Stühle hier werden bewegt. Der weiße Stuhl hier wird bewegt. Ähm... Dieser Teddy hier kann sich bewegen, äh... Ach, es gibt einiges, was ich hier tatsächlich bewegen kann. Und... Geräusche gibt es tatsächlich auch en masse. Hier sieht man es auch sehr gut. Es sind mehrere Bauelemente tatsächlich in diesem Haus verbaut. Was alles hier am Laufen hält. Es ist halt einfach richtig, richtig geil. Die Map macht Spaß. Ich würde mir halt wünschen, dass es vielleicht noch ein paar andere Gebäude gibt. Oder einen Park. Oder so einen Trailerpark. Oder einen normalen Park mit, ähm... Zwei kleinen Hütten oder so. Oder... Äh... Was ist denn schraues? Oder drei kleinen Hütten. Also... Es hat Potenzial. So... Aktuell hören wir aber gerade nichts. Wir sehen auch kein Ort. Deswegen würde ich sagen, wir versuchen unser Glück und raten einfach mal. Denn ich möchte jetzt, äh... Nicht stundenlang hier bleiben, verweilen und warten, bis was passiert. Deswegen gehen wir mal in den Anhänger. Und ich bin der Meinung, ich habe ein weiteres... Gehört. Deswegen gucken wir mal. Ähm... Es war kein Wein. Also ich würde tatsächlich dann was vielleicht lachen. Ich würde auf den Skinwalker tippen. Weil wir haben kein Ort gesehen. Er hat nirgends vor an die Wände geschrieben. Hier seht ihr im Übrigen die Spielzeit, die ihr auf der Map verbringt. Ähm... Hier haben wir alle an falsch. Es war ein Demon. Ein Schal. Aber wir haben 16.000 EP erhalten. Normalerweise kriege ich nur 3.000 bis 5.000, wenn ich alleine bin. Tatsächlich. Hier habe ich jetzt... Vorführeffekt 16.000 erhalten. Richtig, richtig geil. So, was hat denn der Demon gewollt? Ja, er hat nirgends voran geschrieben. Über meinem Kopf sieht man, da ist der Pencil. Den hätte man gebraucht. Dass da werden dann hier solche Wörter überall erschienen. Leider war das nicht der Fall. Schade, schade, schade. Man kann auch direkt eine neue Runde starten ohne Probleme. Man muss die Map nicht erst verlassen. Und ich würde mir eventuell auch wünschen, dass noch ein paar Bauele... Also hier so ein paar Elemente mit reinkommen. Dass man da noch mehr Anhaltspunkte hat. Da oben sieht man zum Beispiel die Augen vom Geist. Das ist richtig geil gemacht. Hier fliegen auch überall Obst rum. Also, die Map macht Spaß. Ich kann sie euch schon ans Herz legen. Weiter empfehlen. Die Map kriegt von mir tatsächlich einen dicken, fetten Daumen nach oben. Und Rhynex wird einmal unterstützt damit. Weil es einfach eine richtig geile Map ist. Wenn ihr jetzt Lust auf diese Map bekommen habt. Map-Code in der Videobeschreibung. Wenn es euch gefallen hat, lasst mir gerne einen Daumen nach oben. Der ist auch wichtig für den YouTube-Algorithmus. Lasst mir Kommentare da. Schreibt mir in die Kommentare weitere Map-Codes, dass ich Maps für euch testen soll. Vielleicht auch mal mit jemandem zusammen. Es müssen nicht eure eigenen Maps sein. Es können auch irgendwelche random Maps sein. Dann gucke ich halt auch schon mal, ob ich die gespielt habe oder nicht. Und ansonsten, ja, mir bleibt nicht mehr viel zu sagen. Außer viel Spaß auf der Map. Und ich wünsche euch noch einen wunderschönen Tag. Ich hoffe, es seid ihr hübsst. Ich habe mich noch einen Daumen nach oben. Vielen Dank.